ASG Bildungsforum Guten Morgen, hier ist Himmel und Erde aus Düsseldorf, heute mit Annette Florin. Ich habe doch ganz oft jetzt so eine Form des Halbs, also dass das schon alles so richtig ist, also dass es so einen größeren Sinnzusammenhang gibt. Das berichtet Roger Lüdecke. Er hat sich im letzten Advent katholisch taufen lassen und in der katholischen Kirche etwas gefunden, das ihm Halt in seinem Leben gibt. Gerade in der heutigen Zeit ist das immens wichtig. Das sieht auch Robert Böker, der Chefredakteur der Sommerzeit, der Zeitschrift des Erzbistums Köln so. Mit der Sommerzeit versuchen wir den Menschen ein wenig Mut zu machen in diesen schweren Zeiten. Wir stellen unter anderem Menschen vor, die für sich entschieden haben, in der Kirche zu bleiben und sie begründen, warum sie in der Kirche bleiben. Nachzulesen ist das in der Sommerzeit, der Zeitschrift, die in diesen Tagen wieder an die katholischen Haushalte postalisch versendet wird und in allen katholischen Einrichtungen ausliegt. Mut machen, Halt gewinnen, darum geht es. So berichten in der Zeitschrift drei Menschen von ihrer Glaubensgeschichte. Sie haben in Köln die Fides besucht. Das ist eine Glaubensinformationsstelle des Erzbistums Köln. Auch hier in Düsseldorf gibt es eine. Franziskaner Bruder Raphael leitet sie und erzählt von den Menschen, die dort an Kursen teilnehmen. Manche strahlen. Also manche sind wirklich froh und haben etwas gefunden. Manche gehen auch weiter auf ihrer Suche, weil sie noch nicht das gefunden haben, was sie vielleicht erhofft haben. Wir sind ja auch nur eine Etappe auf dem Weg. Roger Lüdecke war einer dieser Teilnehmer eines Taufkurses bei Bruder Raphael. Und er berichtet. Ja, die Erfahrung, die ich da gemacht habe, war natürlich aufregend. Das ist ja alles höchst intim, worüber man da redet. Man muss sich öffnen in einer Gruppe. Man konnte auch über seine Zweifel reden. Also was man überhaupt von Religion oder von dem gelebten Katholizismus eigentlich will. Als sehr spiritueller Mensch hat er vor allem in der Meditation und dem Gebet Kraft gefunden. Das geht vielen Menschen so. Bruder Raphael beschreibt es so. Ein personales Du, ein Gegenüber, zu dem wir Verbindung suchen. Was aber immer auch ein Geheimnis bleibt und für das wir uns öffnen. Manchmal merkt man eine Kraft, die sich da im eigenen Leben bemerkbar macht. Ein Ort für Sinn- und Gottsuchende in Düsseldorf. Die katholische Glaubensinformationsstelle Fides auf der Hohenzollernstraße 22 und als Lesetipp in der Sommerzeit des Erzbistums Köln. Übrigens, hier noch ein Tipp, was so los ist in Düsseldorf. In Angermund findet am 11. Juni um 15.30 Uhr erstmalig eine Segensfeier für Neugeborene und Kleinkinder mit ihren Familien statt. Im Pfarrgarten von St. Agnes in der Graf Engelbertstraße in Angermund sind dazu alle Düsseldorfer jungen Eltern mit ihren Kindern eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich und das Angebot ist kostenlos. 11. Juni um 15.30 Uhr im Angermunder Pfarrgarten St. Agnes ASG Bildungsforum